Ja, schönen guten Morgen. James Bond ist on Tour. Ach, das ist ein schönes Wetter, aber es ist schweinekalt hier am Bahnhof. Ich habe mir einen Kaffee gesorgt. Meine Tasche steht da unten irgendwo. Gekleidet wie James Bond, etwas warm und eingemuckelt. Gleich geht's los. Wie gesagt, erst Kaffee trinken und dann der erste Spunkt heute Morgen um 9.20 Uhr. Boom de Venise, myologische, kontrolliert ökologische, Entschuldigung, war eine aus dem Rhone-Tal, für eine Einzellage, einer Grand-Cru-Lage oder wie auch immer. Also Boom de Venise, ich werde berichten. Tschüss.